...wie in ihm kommt von Konkurrentes-Deutsch, nicht? Du würdest... Du würdest bei uns ja auch nicht zum Bett, wenn einer im Pott sagt, ich geh zum Bett, den kriegst du den ganzen Tag auch nicht zum Bett. Bei uns ist, äh... Na Bett, richtig, oder? Im Bett, richtig! Jetzt mal jemand in die Hand behandelt. Wer geht von Ihnen nach Bett? Hand hoch! Na Bett! Wer geht im Bett? So, der Schlepp steht am Schrank, oder was? Wie gehen Sie? Ins Bett! Richtig hochdeutsch! Und Sie schlafen ruhig, oder? Lassen Sie mal auf die Hand kommen! Jetzt mal eben rufle Frauen, wenn er mal eben weggeht. Wenn der Mann zu Ihnen als Frau sagt, Na mach! Ich geh nach Bett, da passiert gar nichts. Dann ist Puffer perfekt. Das ist eine bereits vor der Tag abgeschlossene Hand. Das ist eine bereits vor der Tag abgeschlossene Hand. Ich bin sehr nahe. Ich bin sehr nahe. Daher hat auchossen. Ich bin sehr nahe. Vielen Dank.